Tja, liebe Fans und Freunde der Stadtkapelle Freising, eigentlich wollten wir euch heute hier in der Louisport-Halle zu unserem Jahreskonzert begrüßen, aber das wird wohl nichts. Tja, wie ihr seht, ist dieses Jahr vieles anders, aber die Stadtkapelle Freising meldet sich aus dem Homeoffice, um unserem Musizierentzug und eurem Stadtkapellenentzug entgegenzuwirken. Mit dem Marsch Regimentskinder von Julius Futschig. Wir wünschen viel Vermögen. Die Stadtkapelle Freising 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 Ja, auch die Stadtkapelle Freising ist im digitalen Zeitalter angekommen. Digital gibt es uns auch in weiterer Form, mit der Aufnahme des Jahreskonzerts 2019 der Stadtkapelle Freising. Diese CD ist schon vor einiger Zeit erschienen, aber nach wie vor erhältlich. Wer also mehr als dieses Video von uns hören möchte, kann sich gerne einen solchen Tonträger besorgen. Natürlich hoffen wir, euch alle bald wieder live begrüßen zu dürfen. Spätestens beim nächsten Jahreskonzert dann wieder. Bis dahin aber alles Gute, bleibt gesund und Servus! Servus!